Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder Fortnite. Heute zeige ich euch, wo der Schatz der Woche 8 Challenges ist. Ich war verwirrt, weil der Challenge ist, war aber ich war irgendwie nicht drauf aus, dass es heute Donnerstag ist. Ich wusste schon, dass es Donnerstag ist, aber ich war irgendwie verpeilt, dass die Challenge heute rauskam. Aber naja, wie auch immer. Jetzt zeige ich euch gleich den Schatz. Ihr seht, bei mir ist irgendwie alles kleiner. Das kann man ja in die Einstellung machen. Und das würde ich auch empfehlen, weil so habt ihr viel mehr Blickfeld. Dann können die Kinder besser sehen. Und ihr könnt natürlich auch, äh, sollte ich sagen, ihr könnt natürlich auch eure, also ihr müsst eure, äh, Fintigkeit halt nicht, Fintigkeit, also eure Größer halt finden. Und ja, mir hat, ich hab gerade hier, kann man die runter, das ist hier. Das rollt die hier einfach runter. Da hab ich gerade 70 so stehen. Ja, müsst ihr als erbeinstellen, wie ihr das so haben wollt. Ja, sieben Chests und Zoll, die wird schwer die Challenge, weil, naja, Zoll, die und da ein paar Gegner. Ja, wird jedenfalls nicht so leicht. Na, das heißt, er sucht zwischen. Sucht zwischen einem, wie heißt das? Äh, einer Kühlschranklieferung, einem Bären, was war das andere, keine Ahnung, was war das andere, weiß gar nicht. Ja, den Schotzer, den wir hier haben, ist genau hier, wie ihr sehen könnt. Ich hab jedenfalls euch den Schatzkabel, habt ihr es gesehen. Ja, da könnt ihr dann hingehen und euch den schön sneaken. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Hau da rein!